Eine heiße Fetisch-Affäre. Windel-Sex im Büro. Die hübsche Arbeitskollegin ist Gregors heimliche Geliebte und sie erfüllt ihm seine nassesten und schärfsten Fantasien. Die Windel, die sich unter ihrer knallengen Jeans abzeichnet, lässt das Verlangen überkochen. Sein Schreibtisch wird zu ihrem knisternden Liebesnest. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage.